Beginnen wir unsere Geschichte in einer sehr alten Zeit, in einem fernen Land namens Ur der Kaldäer. Es lebte ein Mann namens Abraham, der zwar ein angenehmes und wohlhabendes Leben führte, aber für etwas viel Größeres bestimmt war. Abraham, ein Mann mit großem Glauben und Mut, wurde zum Patriarchen eines Volkes, das den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern würde. Alles begann damit, dass Gott direkt zu Abraham sprach. Stellen Sie sich die Szene vor, eine friedliche Nacht, der Sternenhimmel leuchtet hell und Abraham betrachtet schweigend die Weiten des Universums. In diesem Moment machte Gott ihm ein außergewöhnliches Versprechen. Gott sagte Abraham, er solle seine Heimat, seine Familie und alles, was er kannte, verlassen und in ein Land gehen, das er ihm zeigen würde. Im Gegenzug versprach Gott Abraham etwas Unglaubliches. Seine Nachkommen würden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und so zahllos wie die Sandkörner am Strand. Abraham gehorchte mit seinem unerschütterlichen Glauben, ohne zu zögern. Er versammelte seine Frau Sarah, seinen Neffen Lot, seine Diener und all seine Habseligkeiten und machte sich auf den Weg ins Unbekannte. Die Reise war nicht einfach. Sie reisten durch trockene Wüsten, standen feindlichen Stämmen gegenüber und erduldeten unvorstellbare Strapazen. Aber bei jedem Schritt vertraute Abraham den Worten Gottes. Obwohl er ein älterer Mann ohne Kinder und eine ebenfalls schon betagte Frau war, glaubte er voll und ganz an Gottes Worte. Jahre vergingen und Abraham und Sarah hatten immer noch keine Kinder. Sie begannen sich zu fragen, wie Gottes Versprechen erfüllt werden würde. Sarah schlug in einem Moment der Verzweiflung vor, dass Abraham mit ihrer Dienerin Hagar ein Kind bekommen sollte. Aus dieser Verbindung wurde Ismael geboren, aber Gott machte deutlich, dass Ismael nicht der Sohn der Verheißung war. Dann, als Abraham 100 Jahre alt und Sarah 90 Jahre alt war, geschah etwas Wunderbares. Gott besuchte Abraham und wiederholte sein Versprechen, dieses Mal ausführlicher. Er sagte, dass Sarah einen Sohn zur Welt bringen würde und dieser Sohn der Erbe der Verheißung sein würde. Sarah lachte, als sie das hörte, denn es schien unmöglich. Aber Gott sagte, ist etwas zu schwer für den Herrn? Und wie versprochen gebar Sarah einen Sohn. Sie nannten ihn Isak, was Lachen bedeutet, weil Sarah vor Freude lachte, als sie sah, wie Gottes Versprechen erfüllt wurde. Isaac wuchs in einem Zuhause voller Glauben und Liebe auf und wusste, dass er die Erfüllung von Gottes Versprechen an seine Eltern war. Aber die Geschichte Abrahams ist damit noch nicht zu Ende. Gott hatte noch eine letzte Prüfung für Abraham. Er bat Abraham, Isaac als Opfer darzubringen. Stellen Sie sich den Konflikt in Abrahams Herzen vor. Er liebte seinen Sohn über alles, aber sein Glaube an Gott war absolut. Schweren Herzens gehorchte Abraham. Im letzten Moment, als Abraham seinen Sohn opfern wollte, griff Gott ein und stellte einen Widder für das Opfer bereit, wodurch Isaac verschont blieb. Und so markierte die Verheißung an Abraham den Beginn der zwölf Stämme Israels, die Grundlage eines Volkes, das Gott auserwählt hatte, den Nationen ein Licht zu sein. Abraham, der Mann des Glaubens, hat den ersten Schritt auf dieser epischen Reise getan, die wir weiter erforschen werden. Bleiben Sie bei uns, während wir tiefer in die Geschichte der Nachkommen Abrahams eintauchen und wie sie die Welt, in der wir heute leben, geprägt haben. Beginn der Stämme, Jakob, Enkel Abrahams, einem der wichtigsten Patriarchen der Bibel. Jakobs Leben ist voller Abenteuer, Herausforderungen und vor allem eines unglaublichen göttlichen Versprechens, das durch seine zwölf Söhne, die Gründer der zwölf Stämme Israels, erfüllt werden würde. Jakob wurde in ein Umfeld voller Glaubensgeschichten und göttlicher Verheißungen hineingeboren. Sein Großvater Abraham hatte von Gott versprochen, dass seine Nachkommen so zahlreich sein würden, wie die Sterne am Himmel. Und sein Vater Isaak hatte diesen Glauben gelebt. Doch Jakobs Leben begann mit einer Reihe von Wendungen. Er war der Zwillingsbruder von Esau. Aber im Gegensatz zu seinem Bruder war Jakob schlau und entschlossen, den Segen seines Vaters zu erlangen. Jakobs Geschichte nimmt eine bedeutende Wendung, als er seinen Vater Isaak betrügt und den Segen stiehlt, der Esau hätte gehören sollen. Aus Angst vor dem Zorn seines Bruders flieht Jakob zum Haus seines Onkels Laban. Dort verliebt er sich in Rachel, Labans jüngste Tochter. Jakob willigt ein, sieben Jahre lang zu arbeiten, damit er Rachel heiraten kann. Doch am Tag ihrer Hochzeit täuscht Laban Jakob, indem er ihm Lea, seine älteste Tochter, anstelle von Rahel schenkt. Jakob arbeitet weitere sieben Jahre, um schließlich Rachel, seine wahre Liebe, zu heiraten. Jakob ist nun mit Lea und Rahel verheiratet und nimmt auch die Mägde seiner Frauen, Bilja und Silpa, zu Frauen. Auf diese Weise beginnt Jakob, mit seinen vier Frauen Kinder zu bekommen und beginnt mit der Bildung der zwölf Stämme Israels. Jakobs Leben mit seinen zwölf Söhnen war voller Höhen und Tiefen. Es gab Momente der Spannung, wie zum Beispiel, als die Brüder Josef in die Sklaverei verkauften und Momente der Erlösung, wie das emotionale Wiedersehen zwischen Josef und seiner Familie in Ägypten. Diese zwölf Söhne Jakobs, jeder mit seiner einzigartigen Persönlichkeit und seinem unterschiedlichen Schicksal, wurden die Gründer der zwölf Stämme Israels und erfüllten das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hatte. Die Geschichten von Jakob und seinen Söhnen zeigen uns die Komplexität menschlicher Beziehungen und die Treue Gottes bei, der Erfüllung seiner Versprechen. Selbst inmitten von Fehlern, Verrat und Schwierigkeiten entfaltet sich der göttliche Plan, der die Geschichte Israels leitet und den Weg für die glorreiche Zukunft des Volkes Gottes bereitet. Bleiben Sie bei uns, während wir mehr über die Reise dieser Stämme und ihren nachhaltigen Einfluss auf die Geschichte erfahren. Jeder Stamm hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Erbe und zusammen bilden sie die Nation, die Gott als Licht für die Welt ausgewählt hat. Der erste Sohn, Ruben, der erste Sohn von Jakob und Lea, wurde unter den Augen großer Erwartungen geboren. Als Erstgeborener sollte er nicht nur die Führung und den größten Teil des Reichtums seines Vaters erben, sondern auch die Verantwortung, seine Brüder zu führen. Allerdings ist Rubens Werdegang sowohl von Potenzial als auch von Misserfolgen geprägt, eine menschliche Reflexion, die sich durch viele biblische Geschichten zieht. Rubens Geburt bereitete Lea große Freude, die sich von Jakob weniger geliebt fühlte als Rahel, seiner anderen Frau. Der Name Ruben bedeutet »Siehe ein Sohn«, eine jubelnde Anerkennung seiner Ankunft. Rubens Leben wurde jedoch durch ungestüme Entscheidungen und die komplexe Dynamik seiner Großfamilie erschwert. Einer der markantesten Momente in Rubens Leben ereignete sich im Zusammenhang mit Mandrakes. Diese Pflanzen, deren Früchte als Aphrodisiaka galten und angeblich die Fruchtbarkeit förderten, wurden zum Symbol ihres Stammes. Die Alraune-Episode offenbart sich, als Räuben sie auf dem Feld findet und zu seiner Mutter Lea bringt, in der Hoffnung, ihre Trauer über Jakobs Vorliebe für Rachel zu lindern. Dies löst einen faszinierenden Austausch zwischen Lea und Rachel aus, bei dem Rachel eine Nacht mit Jakob gegen Mandrakes tauscht und so die komplexen emotionalen und familiären Verhandlungen der damaligen Zeit demonstriert. Rubens Geschichte nimmt jedoch eine düsterere Wendung, als es ihm nicht gelingt, die Würde seines Vaters zu wahren, indem er sich auf Bilha einlässt, eine von Jakobs Konkubinen. Dieser Akt des Ungestüms und der Respektlosigkeit kam ihm teuer zu stehen. Als Jakob seine Söhne auf dem Sterbebett segnet, tadelt er Ruben und sagt, er sei instabil wie Wasser und werde keinen Vorrang haben, eine Aussage, die den Verlust seiner Stellung und seines Segens als Erstgeborener symbolisiert. Trotz dieser Mängel beweist Ruben auch erlösende Eigenschaften, insbesondere bei seiner Verteidigung Josefs, als andere Brüder planten, ihn zu töten. Ruben greift ein und schlägt vor, Josef in einen Brunnen zu werfen. Insgeheim plant er, ihn später zu retten. Obwohl dieser Akt der Barmherzigkeit schließlich vereitelt wurde, zeigt er eine Seite der Führung und des Mitgefühls, die sein Vermächtnis auf andere Weise hätte definieren können. Rubens Geschichte ist daher eine Erzählung von Kontrasten und Menschlichkeit. Es repräsentiert das Potenzial und die Fehler, die uns allen innewohnen und symbolisiert den Kampf zwischen Pflicht, Verlangen und Ehre. Alraune wiederum repräsentiert nicht nur Fruchtbarkeit und Hoffnung, sondern auch menschliche Verhandlungen und Wünsche in ihrer rohesten und aufrichtigsten Form. Ruben dient als biblische Figur, als Spiegel der Herausforderungen, denen wir alle gegenüberstehen, wenn wir versuchen, unseren zugewiesenen Rollen gerecht zu werden und erinnert uns daran, dass unser Handeln dauerhafte Konsequenzen hat. Levi, der Stamm der Priester, einer der einzigartigsten unter den zwölf Stämmen Israels. Levi, der Sohn Jakobs und Leas, spielte in der Geschichte der Israeliten eine besondere Rolle. Die Leviten wurden als Wächter des Tempels in Jerusalem ausgewählt und waren für die Gottesdienste verantwortlich, eine Rolle, die sie von anderen Stämmen unterschied. Levi, der dritte Sohn von Jakob und Lea, hatte einen Anfang, der von schwierigen Ereignissen geprägt war. Er und sein Bruder Simeon revanchierten sich heftig gegen die Stadt Sichem, um ihre Schwester Dina zu rächen. Das Schicksal der Leviten änderte sich jedoch drastisch, als ihre Nachkommen ausgewählt wurden, Gott auf besondere Weise zu dienen. Die entscheidende Veränderung für den Stamm Levi ereignete sich unter der Führung von Moses, einem Leviten, der die Israeliten aus Ägypten führte. Während der Überfahrt durch die Wüste, als das Volk das goldene Kalb anbetete, rief Moses diejenigen, die gotttreu waren, zu sich. Es war der Stamm Levi, der dem Ruf folgte und seine Hingabe demonstrierte. Als Belohnung wurden sie ausgewählt, in der Stiftshütte und später im Tempel zu dienen. Im Gegensatz zu den anderen Stämmen erhielten die Leviten keinen Teil des Landes im gelobten Land. Stattdessen wurden sie über mehrere Städte Israels verstreut und erhielten 48 Städte, darunter auch die Zufluchtsstädte, Joshua 21, 41, 42. Diese Zerstreuung ermöglichte es den Leviten, ihre priesterlichen Aufgaben im ganzen Land wahrzunehmen. Das Erbe der Leviten war der Dienst Gottes. Sie kümmerten sich um heilige Geräte, brachten Opfer dar, lehrten das Gesetz und leiteten Gottesdienste. Sein Lebensunterhalt stammte aus dem Zehnten und den Opfergaben des Volkes, was seine Abhängigkeit von Gott und der Gemeinschaft widerspiegelte. Aaron, Moses Bruder und erster Hohepriester, ist ein bemerkenswertes Beispiel für den Stamm Levi. Die Leviten waren Mittler zwischen Gott und dem Volk und spielten eine wichtige Rolle, indem sie dafür sorgten, dass die Spiritualität und das göttliche Gesetz im Mittelpunkt des israelitischen Lebens standen. Die Geschichte von Levi zeigt uns, dass wahres Erbe nicht in materiellen Besitztümern liegt, sondern in der Hingabe und der Erfüllung des Willens Gottes. Der Stamm Levi ist mit seiner Hingabe und seinem Dienst ein bleibendes Beispiel für Treue und spirituelle Reinheit. Judah, der Löwenstamm. Die Geschichte von Judah, einem der zwölf Söhne Jakobs und Leas, ist geprägt von Symbolen der Stärke und Führung, darunter das Prominenteste, der Löwe. Dieses Symbol definierte nicht nur Judah, sondern auch seine Nachkommen und gipfelte in der Linie der Könige Israels, unter der König David hervorsticht, und weist auf die Verheißung des Messias hin, der als Löwe des Stammes Israel, bekannt ist Judah. Judah wurde in eine komplexe Familie hineingeboren, in der es ständig zu Spannungen zwischen seinen Brüdern und dem Kampf um Aufmerksamkeit und Anerkennung seitens seines Vaters kam. Trotz anfänglicher Herausforderungen, einschließlich einer Episode, in der er und seine Brüder den Jüngsten, Joseph, in die Sklaverei verkauften, reift Judah durch seine Fehler und sein Leiden heran. Dieser Wandel wird deutlich, als er anbietet, den Platz seines Bruders Benjamin als Bürger in Ägypten einzunehmen und damit eine Selbstlosigkeit und Führung an den Tag legt, die ihm zuvor gefehlt hatte. Der Löwe, Symbol Judas, spiegelt diese Charakterentwicklung wieder. Es steht nicht nur für körperliche Stärke, sondern auch für Führung, Mut und Adel. Diese Eigenschaften werden von Jakob anerkannt und gesegnet, der auf seinem Sterbebett prophezeit, dass das Zepter nicht von Judah und der Gesetzgeber zwischen seinen Füßen weichen würde, bis Schilo, der Gesandte, käme und ihm gehorsam gelte die Menschen. Der Stamm Judah wiederum lässt sich südlich von Kanaan nieder, einem Gebiet, das zum Zentrum der politischen und religiösen Macht Israels werden sollte, mit Jerusalem als Hauptstadt. Judas Rolle als Stammvater der königlichen Linie wird durch das Auftauchen von David gefestigt, einem jungen Hirtenjungen, der Israels berühmtester König wird, ein Mann, der als nach Gottes Herzen beschrieben wird. David erweitert und stärkt das Königreich, vereint die Stämme und legt den Grundstein für den Tempel, den sein Sohn Salomo bauen würde. Der Löwe des Stammes Judah taucht als messianische Figur im Christentum wieder auf und symbolisiert Jesus Christus, der als Erfüllung der an Jakob gegebenen Verheißung gesehen wird. Jesus wird als Nachkomme Davids beschrieben und als jemand dargestellt, der zusammenbringt die Qualitäten der Führung, Gerechtigkeit und Stärke, die für die Vorstellung vom Messias als dem wahren König und Erlöser von grundlegender Bedeutung sind. Somit ist die Geschichte von Judah und seinem Löweneblem eine Erzählung der Erlösung, nicht nur persönlicher, sondern auch kollektiver Art. Es beginnt mit menschlichen Fehlern und gelangt zur Erkenntnis eines Erbes, das Generationen überdauert und auf die Hoffnung eines ewigen Führers hinweist, der sein Königreich des Friedens und der Gerechtigkeit für immer errichten würde. Die Saga von Simeon, einem der zwölf Stämme Israels, ist eine Geschichte von Herausforderungen und Veränderungen, die von einem einzigartigen Schicksal innerhalb des hebräischen Volkes geprägt ist. Simeon, der Sohn von Jakob und Lea, trug einen Namen, der Hören bedeutete, was auf ein Leben unter göttlicher Obhut hindeutet. Trotz seiner vielversprechenden Anfänge als eine der führenden Familien Israels nahm Simeons Laufbahn eine unerwartete Wendung, die mit der seines mächtigeren Bruders Judah verflochten war. Das ursprünglich Simeon zugeteilte Gebiet lag im Süden Kanaans, einer trockenen und weniger fruchtbaren Region, die in das größere und wohlhabendere Gebiet eingegliedert war, das Judah zugeschrieben wurde. Diese Lage war nicht nur eine geografische Frage, sondern auch ein Spiegelbild der Folgen der Taten Simeons und seines Bruders Levi, die in Sichem brutal vorgegangen waren. Infolgedessen sagte Jakob in seinem letzten Segen voraus, dass Simeon innerhalb Israels zerstreut werden würde. Im Laufe der Generationen kämpfte Simeons Stamm darum, eine eindeutige Identität zu etablieren und seine Autonomie aufrecht zu erhalten. Während andere Stämme an Macht und Einfluss wuchsen, erlebte Simeon, wie sein Territorium und seine Bevölkerung zunehmend vom benachbarten und mächtigeren Stamm Judah absorbiert wurden. Dieser Prozess der Absorption war sowohl physischer als auch kultureller Natur, wobei sich viele Simeoneiter dadurch stärker mit Judah identifizierten wirtschaftliche Vorteile und die damit verbundene Sicherheit. Der Verlust von Simeons Stamm ist kein buchstäbliches Verschwinden, sondern eine allmähliche Verschmelzung, bei der sich ihre Traditionen und Abstammungslinien so vollständig mit denen Judas vermischten, dass sie nicht mehr zu unterscheiden waren. Dieses Phänomen spiegelt eine umfassendere Realität in vielen Gesellschaften wieder, in denen kleinere Kulturen oft von Größeren übernommen werden und mit der Zeit ihre eindeutige Identität verlieren. Diese Wendung der Ereignisse bietet eine Perspektive auf die Bedeutung von Anpassung und Überleben. Für den Stamm Simeon bedeutete die Integration mit Judah möglicherweise einen Verlust der Autonomie, aber auch eine Möglichkeit, sein Erbe und seine Nachkommen im breiteren Kontext der Nation Israel zu bewahren. Selbst in Ermangelung eines klar definierten Territoriums und einer unabhängigen Stammesidentität spielten Simeons Nachkommen weiterhin eine bedeutende Rolle in der Geschichte Israels, indem sie sich an die Umstände anpassten und sich in die umfassendere Erzählung ihres Volkes integrierten. Somit ist die Geschichte von Simeon eine poetische Erinnerung an Vergänglichkeit und Transformation. Anstatt vollständig zu verschwinden, bleibt die Essenz Simeons bestehen, verwoben in den Seiten der Geschichte Judas und im weiteren Sinne in der gesamten biblischen Geschichte. Es ist eine Lektion in Sachen Widerstandsfähigkeit und wie kleine Gruppen selbst im Schatten der Gigantenwege finden können, zukünftige Generationen zu überdauern und zu beeinflussen. Die Stämme Sebulon und Issachar. Auf den Seiten der biblischen Geschichte zeichnen sich die Stämme Zwulun und Issachar durch ihre einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten aus, die sich auf faszinierende Weise ergänzen. Sebulon, bekannt für seine Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit, wird oft durch ein Boot dargestellt, das seine Verbindung zum Handel und zur Seefahrt symbolisiert. Dieser Stamm ließ sich in der Küstenregion Kanaans nieder und erlangte durch Seehandel und internationale Beziehungen Wohlstand. Andererseits wird Issachar durch himmlische Elemente symbolisiert und ist für ihre tiefe Weisheit in der Astronomie bekannt. Die Mitglieder dieses Stammes galten als weise und widmeten sich dem Studium des Himmels und der Kreisläufe der Natur. Dadurch konnten sie nicht nur Zeit und Jahreszeiten besser verstehen, sondern auch wertvolle Ratschläge für die Landwirtschaft und religiöse Feste geben. Zusammen repräsentieren diese Stämme die Kombination aus Aktion und Kontemplation. Sebulon erkundete mit seinen Schiffen die Welt und erweiterte den Handel, während Issachar mit seiner Weisheit die Gemeinschaft in einem tieferen Verständnis des Universums verwurzelte. Dieses Gleichgewicht zwischen praktischem Wissen und spiritueller Weisheit veranschaulicht, wie unterschiedliche Gaben und Berufungen dem Gemeinwohl innerhalb der Gesellschaft dienen können. Josef, einer der beliebtesten Söhne Jakobs, spielte eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Stämme Israels. Nicht nur wegen seiner Weisheit und Führung in Ägypten, sondern auch wegen des Erbes, das er durch seine beiden Söhne Ephraim und Manasseh hinterließ. Als Josef in Ägypten war, bekam er diese beiden Söhne mit Asenat, die zu zentralen Figuren in der Kontinuität der Stämme Israels wurden. Bevor er starb, segnete Jakob Ephraim und Manasseh, indem er sie faktisch als seine eigenen Söhne adoptierte und ihnen einen Anteil am Erbe zuteilte, das den zwölf Stämmen zugeteilt wurde. Dieser Akt war bedeutsam, weil dadurch die Zahl der Stämme Israels bei zwölf blieb, selbst nachdem der Stamm Levi ohne eigenes Stammesgebiet für priesterliche Aufgaben eingesetzt worden war. In einer symbolischen und prophetischen Geste verschränkte Jakob seine Arme und legte seine rechte Hand auf den Kopf von Ephraim, dem Jüngsten, und seine linke Hand auf Manasseh den Ältesten, was darauf hindeutete, dass Ephraim Vorrang vor seinem Bruder haben würde. So kam es, dass jeder Sohn seinen eigenen Stamm, Manasseh und Ephraim, anführte und beide das Erbe und den Namen ihres Vaters Joseph trugen. Diese Teilung war keine Trennung, sondern eine Vervielfachung des Einflusses und Segens Josephs auf die Nation Israel, der ihn fortsetzte Name und Einfluss über Generationen hinweg. Benjamin nimmt als jüngster Sohn von Jakob und Rahel einen besonderen Platz im Zentrum der biblischen Erzählung ein. Seine Mutter Raquel wurde während einer schwierigen Reise geboren und starb bei seiner Geburt. Sie nannte ihn zunächst Benoni, was Sohn meines Schmerzes bedeutet. Doch Jakob, sowohl von Trauer als auch von Hoffnung bewegt, benannte ihn in Benjamin oder Sohn der rechten Hand um, um seine kostbare Stellung als geliebter jüngster Sohn zu symbolisieren. Benjamins Symbol ist der Wolf, eine Darstellung seines Stammes als wilde und unabhängige Kraft. Wölfe sind für ihre List und Überlebensfähigkeit bekannt, Eigenschaften, die Benjamin und seine Nachkommen über Generationen hinweg vorgelebt haben. Dieser Stamm zeichnete sich nicht nur durch seine Tapferkeit aus, sondern auch durch die strategische Lage seines Territoriums, zu dem auch die Stadt Jerusalem gehörte. Diese heilige Stätte, die zum politischen und spirituellen Herzen Israels werden sollte, war ein Zentrum der Macht und Hingabe und untermauerte Benjamins entscheidende Rolle in der Geschichte der Nation. Benjamins Geschichte ist daher eine Geschichte des Vermächtnisses und der dauerhaften Liebe. Selbst in den schmerzhaftesten Umständen seiner Herkunft entwickelte er sich zu einem Symbol für Stärke und Einheit, wobei sein Stamm im Zentrum göttlicher Verheißungen und israelitischer Identität stand. Die Stämme Dan und Naftali stechen hervor, jeder mit seinen eigenen bedeutenden Symbolen und Territorien, die ihre Identität und ihr Schicksal prägten. Dan, Gerechtigkeit und die Schlange. Der Stamm Dan, gekennzeichnet durch die Waage und die Schlange, ist ein starkes Symbol für Gerechtigkeit und List. Ursprünglich erhielten die Danitengebiete in der Nähe des heutigen Tel Aviv, einer Küstenregion, die trotz ihrer Schönheit begrenzt und schwer zu verteidigen war. Die Daniten kämpften darum, sich in diesem begrenzten Raum zu etablieren und wurden von Feinden unter Druck gesetzt. Sie trafen eine mutige Entscheidung, die die List der Schlange widerspiegelte. Sie suchten eine neue Heimat. Als sie nach Norden zogen, eroberten sie die Stadt Laisch und benannten sie in Dan um. Dieser Akt der Umsiedlung war nicht nur eine Suche nach Sicherheit, sondern eine Bestätigung ihrer Entschlossenheit und Fähigkeit, ihr eigenes Schicksal zu gestalten. Eigenschaften, die für ihr Überleben und ihren Wohlstand unerlässlich sind. Dieses neue Territorium im Norden ermöglichte ihnen den Zugang zu breiteren Handelsrouten und ein sichereres Leben, was mit der Symbolik der Schlange übereinstimmt, die in der biblischen Kultur oft Weisheit und Erneuerung symbolisiert. Naftali, die freie Gazelle. Der Stamm der Naftali, repräsentiert durch die Gazelle, suggeriert Anmut und Freiheit, Eigenschaften, die sich in dem ihnen gewährten Territorium widerspiegeln. Das im Norden, in der Nähe des Sees, Genezareth und inmitten wichtiger Handelsrouten gelegene Gebiet Naftalis war wohlhabend und fruchtbar. Die privilegierte Lage verschaffte Naftali nicht nur landwirtschaftlichen Reichtum, sondern auch Zugang zu vielfältigen Feldfrüchten und Gütern, was den Stamm kulturell und wirtschaftlich bereicherte. Die Symbolik der Gazelle, eines Tieres, das für seine Beweglichkeit und Schönheit bekannt ist, passt besonders gut zu Naftali, dessen Mitglieder für ihre Schnelligkeit und Beretsamkeit bekannt waren. Eigenschaften, die sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten wertvoll waren. Diese Verbindung zu Freiheit und Mobilität ermöglichte es Naftali, eine herausragende Stellung unter den Stämmen zu behaupten und die Politik und Kultur Israels maßgeblich zu beeinflussen. Obwohl sich Dan und Naftali in ihren Symbolen und Geschichten unterscheiden, haben sie ein gemeinsames Thema der Anpassung und Transformation. Dann, mit seinem strategischen Vorstoß nach Norden und Naftali, mit seiner Fähigkeit, in privilegiertem Gebiet erfolgreich zu sein, veranschaulichen die Widerstandsfähigkeit und Fähigkeit der Stämme Israels, Herausforderungen zu meistern und ihre Zukunft zu gestalten. So erzählen ihre Geschichten nicht nur von Ereignissen aus der Vergangenheit, sondern vermitteln auch Lehren über die Bedeutung von Weisheit, Gerechtigkeit und Freiheit für den Aufbau einer starken und geeinten Gemeinschaft. Gat, ein Stamm, der für das Symbol des Zeltes bekannt ist, wird oft mit Glück und Strategie in Verbindung gebracht. Der Stamm ließ sich östlich des Jordan nieder, einer Region, die Robustheit und Anpassungsfähigkeit erforderte. Die Zelte, die für das Nomadenleben in unwirtlichen Ländern von entscheidender Bedeutung sind, symbolisieren Gats Widerstandskraft und seine Fähigkeit, unter schwierigen Bedingungen zu gedeihen. Jakob segnete Gat mit dem Versprechen, dass sie trotz der Angriffe von Plünderungsbanden mit Kraft und Erfolg zurückschlagen würden. So war Gats Leben von der Fähigkeit geprägt, Widrigkeiten zu überwinden und in den Schlachten, denen er gegenüberstand, sein Glück zu finden. Der Stamm der Aser hingegen wird durch den Olivenbaum repräsentiert, ein Symbol für Segen und Wohlstand. Dieser Stamm war mit fruchtbarem Land entlang der Mittelmeerküste gesegnet, das sich für die Landwirtschaft eignete, insbesondere für den Olivenanbau, eine Quelle für Wohlstand und Gesundheit. Der Olivenbaum lieferte nicht nur Nahrung, sondern auch Öl, das für die Ernährung und religiöse Rituale unerlässlich ist. Jakob prophezeite, dass Escher mit materiellen Reichtümern gesegnet werden und zu einer Säule des Überflusses und des Glücks für ganz Israel werden würde. Obwohl diese Stämme sich in ihren Symbolen und Lebensstilen unterschieden, teilten sie das gemeinsame Erbe mit göttlichen Versprechungen von Glück, Widerstandsfähigkeit, Wohlstand und Freude beschenkt zu werden. Wenn wir die Spuren der zwölf Stämme Israels nachverfolgen, gewinnen wir nicht nur ein tieferes Verständnis für ihre Geschichte und Symbolik, sondern auch für ihre nachhaltige Wirkung. Jeder Stamm trug mit seinen einzigartigen Eigenschaften und Schicksalen zum komplexen Gefüge der israelitischen und jüdischen Identität bei und beeinflusste nicht nur religiöse, sondern auch soziale und kulturelle Praktiken, die bis heute bestehen. Die Symbole der Stämme, wie der Löwe von Judah, die Schlange von Dan und der Olivenbaum von Escher überdauern die Zeit und sind weiterhin Symbole für Stärke, Gerechtigkeit und Wohlstand. Diese Bilder und ihre Assoziationen sind ein integraler Bestandteil religiöser und nationaler Symbolik, die in Flaggen, Emblemen und Kunst präsent ist. Darüber hinaus bieten die Erzählungen der Stämme Israels wertvolle Lehren über Führung, Glauben, Widerstandsfähigkeit und das Streben nach Gerechtigkeit. Diese Geschichten finden in einem modernen Kontext ihren Widerhall und erinnern an die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit und gemeinschaftlichem Zusammenhalt angesichts der aktuellen Herausforderungen. Am Ende dieser Reise durch die Geschichten der zwölf Stämme ist es wichtig zu erkennen, dass das Erbe der Stämme Israels trotz der geopolitischen und sozialen Veränderungen im Laufe der Jahrtausende weiterhin Einfluss und Inspiration hat. Ob durch Glauben, Ethik oder Gemeinschaftsgefühl, sie stellen eine kontinuierliche Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart her und erinnern uns an die ständige Suche der Menschheit nach Sinn und Verbindung.